Das Heizkraftwerk Salzburg Mitte versorgt seit 2003 die Stadt Salzburg mit Fernwärme und Strom. Es ist eine der modernsten Kraft-Wärme-Koppelungsanlagen Europas. Ein spezielles Lichtkonzept macht das Gebäude zum Blickfang in der nächtlichen Kulisse. Das Heizkraftwerk Salzburg Nord wiederum ist ein gutes Beispiel für Industriearchitektur. Der Bau aus Beton- und rostfreien Stahlplatten diente schon oft als Kulisse für Kulturveranstaltungen. Im Sommer können beide Kraftwerke besichtigt werden. Besichtigungen ab vier Personen sind möglich, weitere Informationen finden Sie wie gewohnt im Internet.